Die Firmen ABC Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Erleben Sie einzigartige Momente im charmanten Hotel am Kubogen, wo Gastfreundschaft auf höchstem Niveau gelebt wird. Das Hotel und Restaurant werden von Johannes Enten geführt, der bei zahlreichen Stammgästen einen erstklassigen Ruf genießt. Gemeinsam mit seinem Team verwöhnt er seine Besucher mit viel Hingabe, um ihnen unvergessliche Aufenthalte zu bereiten. Die Gäste schätzen neben den gemütlichen Zimmern und der zentrumsnahen Lage auch die exzellente bayerische Küche. Besonders beliebt sind dabei die hochwertigen Fleisch-, Fisch- und Wildspezialitäten, die allesamt aus der Region stammen. Übrigens sind im Restaurant nicht nur Hotelgäste, sondern alle Besucher herzlich willkommen. Gerne auch für Firmenfeiern, Geburtstage oder Hochzeiten. Die Firmen-TV-Redaktion ist begeistert und spricht daher eine klare Empfehlung aus. Hotel am Kubogen in Hof an der Saale. Ihr Lächeln ist unser Erfolg.